Jan hat eine Wehstreckenprüfung gemacht und festgestellt, dass es auf den letzten 15 Kilometern noch mal sehr schwierig wird. Deswegen fahren wir mit einem Transport und zwei Suchmaschinen erstmal und gucken, ob wir durchkommen und lassen den zweiten Transport abgesattelt hier auf einem Parkplatz stehen. Jetzt sind wir am Ziel angekommen. Der Fahrer guckt jetzt, wo er sich am besten hinstellt. Und das sind kleinere Silos, die vom Multiwesen schon nach hierhin gebracht wurden. Das ist ein Pforst, das ist ein Pforst. Das ist ein Pforst. So, mal sehen, ob der zweite Transport um die kritische Ecke genauso reibungslos geht. Ach, da ist er ja schon rum. Das war nämlich die Angst-Ecke hier für uns. So, mit dem zweiten Transport sind wir auch am Ziel angekommen. Meine Arbeit ist erledigt. So, mit dem zweiten Transport ist erledigt.